Die typische Altstadt, Kneipe an Kneipe. Entspannen oder was erleben ist hier angesagt. Und die gehört oft einfach dazu. Nicht die Zigarette danach, sondern zwischendurch. Genau hier, an Orten der Entspannung und der Erlebnisse, sucht das Samson Promotion Team neue Drehtabakfreunde. Frei nach dem Motto informieren und probieren nach Feierabend und dabei auch noch karikiert werden. Die Selbstdreher wurden beim Testen von Samson Tabak von einem Schnellzeichner karikiert und durften ihr Porträt als Erinnerung mit nach Hause nehmen. Daran hatte nicht nur der gezeichnete Raucher sichtbaren Spaß. Der Auftritt des Samson Teams war ein Riesenspektakel mit viel Gaudi für alle Kneipenbesucher.